Frankreich hat jetzt endlich den Moment, dass die Europa übernehmen können. Jetzt sehen die... Oh, sieh an, du Motherfucker. Du kriegst ab. Meine Bevölkerung ist güstlich. Die nächsten 100 Jahre wird in Franzreich gehören. Ich hab noch meine Kolonien, du Hurenbock. Deutschland, was sagst du? Ah, Solidarität, güstlich. Mal gucken, wie viele Kraftwerke du damit bauen kannst. Ich hab noch meine afrikanischen Kolonien. Durch den CFA-Franc. Du weißt schon, dass Frankreich noch überall im Ausland eigentlich noch so Länder besitzt. Die haben alles noch, die Franzosen. French Guinea, Neukaledonien. Die haben überall diese kleinen Inseln im Atlantik und überall, die denen gehören. Das ist der Krono hat auch schon so ein bisschen Napoleon-Vibes, ne? Ja, ja, komplett. Der muss nur warten, bis die Deutschen sich selber abschaffen. Der muss nur noch... 2026 ist die Deadline, die ich mit deinem Papa da ausgerechnet hab. Der muss nur noch warten. Der so, aha. Mal gucken, wo eure Auslandsausgaben in ihn gehen. Bis das Rentensystem kollabiert. Genau, dann kollabiert das. Gleichzeitig kollabieren die Steuereinnahmen.